So, kontrovers diskutiertes Thema heute, das war es schon lange vor meinem Video, das wird es auch nachher sein, denn manche Dinge lassen sich einfach nicht pauschal mit richtig oder falsch beurteilen und bewerten und zwar geht es heute um Soja, gesund oder nicht gesund. Und ich möchte heute einfach nur mal mein Statement dazu abgeben, meine persönliche Meinung, wie ich das handhabe, natürlich basierend auf Zahlen, Daten, Fakten und wenn ihr dann Zahlen, Daten, Fakten habt, dann seid ihr natürlich in der Lage, euch selber eine Meinung zu bilden und auch selber zu entscheiden, wollt ihr das in euren täglichen Speiseplan aufnehmen oder nicht, weil die ganz klare Aussage, ist das gesund oder ist es nicht gesund, ist in dem Fall Jein. Ja, und warum das so ist, das möchte ich heute einfach mal so ein bisschen auseinandernehmen. Grundsätzlich ist Soja ein Schmetterlingsblütler, gehört zu den Hülsenfrüchten und ist eine absolute Energiebombe mit pro 100 Gramm 30 Gramm Eiweiß und 35 Gramm Fett, 17 Gramm Kohlenhydrate und ja, das hat sich natürlich auch rumgesprochen, schon von jeher unter den Fraßfeinden und demzufolge musste diese Pflanze sich evolutionsgeschichtlich auch schützen, damit sie ja nicht völlig das Futteropfer wird. Und wie macht sie das? Die ist dann angereichert mit sogenannten Fraßschutzsubstanzen, das sind Lektine, Phytine, Oxalate, Hämagglutinine und Proteaseinhibitoren zum Beispiel. Ja, das sind Substanzen wie zum Beispiel die Lektine und Phytine, die ja das Ganze auch ungenießbar machen. Das merken die Tiere mit dem natürlichen Instinkt schon. Ja, das behindert den Mineralientransport aus den Lebensmitteln und die Proteaseinhibitoren, wie der Name schon sagt, die behindern natürlich die Verdauung des Ganzen und machen das einfach nicht spaltbar. Also im Rohzustand ist das mal gar nicht zu genießen, also muss man hergehen und das Ganze verarbeiten. Soja hat eine lange Tradition aus dem asiatischen Raum, da wurde das natürlich angebaut und das wurde auch natürlich verarbeitet, ganz traditionell mit Fermentation. So, das ist das eine Soja, das man so kennt, das Urtümliche. Und dann gibt es natürlich noch Soja Nummer 2, wie es einfach auch so bei uns im westlichen Raum bekannt ist. Das ist jetzt Soja, das wird industriell verarbeitet, das wird auch industriell hochgezogen. Also mittlerweile ist es einfach so, dass über 90 Prozent des gesamten Soja-Anbaus der Industrie dienen, hauptsächlich als Futtermittel. Da möchte man natürlich möglichst wenig Verluste haben, ja, wie immer zählt jeder Umsatz. Das heißt, das muss möglichst schnell wachsen und dann auch schnell trocknen. Wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß, wie man das macht, also man gibt da schön Glyphosat über dieses Soja. So, und wer das letzte Video geguckt hat, der weiß auch, warum dieses Soja das Ganze, diese Prozedur überhaupt übersteht. Genau, dass es Gen manipuliert. Das heißt, das meiste Soja, das man so erhalten kann, ist tatsächlich aus nicht empfehlenswertem Anbau, um das mal so zu bezeichnen. Und es ist schwierig, hier zu differenzieren, welche Wertigkeit hat denn hier mein Lebensmittel, was die Qualität angeht, was den Toxingehalt angeht und was vielleicht den Aspekt der Genmanipulation angeht. So, und außer Fermentation kann man natürlich diese Phytobegleitstoffe auch deaktivierend durch Erhitzen, mehr oder weniger. Und das ist auch die Prozedur, der Soja so im westlichen Raum unterworfen wird. Also, man geht her und verarbeitet es auch auf die Schnelle, mit wenig Geduld, industriell und maschinell. Also, wir haben ja nicht diese traditionell asiatischen Sojaprodukte, wie jetzt irgendwie Natto, Tempeh und so weiter, sondern das, was man bei uns kennt, das ist eher Riegel, Pulver, Shake. Ja, das kann man einfach nicht vergleichen. Das sind Äpfel mit Birnen. So, also das sind schon mal diese zwei Paar Stiefel, wie man das tatsächlich betrachten muss. Und letzten Endes ist es so, dass ja grundsätzlich Soja gehypt wird wegen dieser Isoflavone, dieser Phytoöstrogene. Und das werde ich euch jetzt mal in der Theorie erklären, was das ist, warum in der Theorie und nicht in der Praxis. Da kommen wir auch nachher tatsächlich noch drauf. Die Isoflavone, die in dem Soja enthalten sind, die werden oft auch als Phytoöstrogene bezeichnet, weil die im Organismus Östrogenrezeptoren besetzen können. Deshalb hat es auch oft so einen Stellenwert, wenn es darum geht, Empfehlungen in den Wechseljahren zu geben. Also, die Affinität zum Rezeptor des Östrogens ist natürlich vom natürlichen Östrogen höher als vom Phytoöstrogen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Östrogenüberschuss habe, was ja auch viele Menschen haben, heutzutage immer mehr, dann werden einige weniger Rezeptoren dann doch besetzt vom weniger wirksamen Isoflavone, zum Beispiel aus dem Soja und verdrängen ein paar stärker wirksame. Das heißt, in dem Fall kann man eine Östrogendominanz ein bisschen abmindern. Wenn man jetzt einen Östrogenmangel hat, zum Beispiel nach den Wechseljahren, dann bleiben ja Östrogenrezeptoren unbesetzt und da können die Isoflavone einfach helfen, hier ein bisschen von dem Defizit aufzufüllen. Das ist jetzt so diese Theorie dahinter. Und jetzt kriegt der ein oder andere Mann vielleicht Angst, oh Gott, oh Gott, soll ich vielleicht jetzt mal Abstand halten von meinem Sojatrink? Schadet mir das jetzt irgendwie wegen dieser Phytoöstrogene? Nein, also grundsätzlich ist es so, wenn sich der Verzehr im Rahmen hält, bis zu 100 Milligramm Isoflavone pro Tag, ist das absolut unbedenklich. Das ist enthalten zum Beispiel in 400 Gramm Tofu, 150 Gramm Tempeh und ja, bei Sojamilch, da geht der Gehalt sehr auseinander. Man sagt Pima Domen, ein Liter Sojamilch, wobei das kann unglaublich differieren. Weil, wie gesagt, das liegt einfach auch so an der Herstellungsprozedur, wie viel denn da tatsächlich noch drinnen ist. Ansonsten gibt es noch zu beachten, dass Soja schon ein Unverträglichkeitspotenzial hat, ein allergisches Potenzial, auf das man achten sollte. Für mich hat es deswegen auch gerade in der Kinderernährung nichts verloren, auch wegen der Phytoöstrogene ist jetzt nichts, was tatsächlich Kinder brauchen. Also ich würde da tatsächlich Abstand von halten, zumal das, was wir hier als Soja kennen, das ist massiv chemisch verarbeitet. Und ich weiß, wie Kinder Geschmäcker sind, ja, so diese traditionell asiatischen Soja-Produkte, das würde die wahrscheinlich auch gar nicht essen. So, und diesen Isoflavonen, die da unter anderem heißen, Genisein und Daizein, denen wird auch oft nachgesagt, dass die, ja, sich nachteilig auswirken würden bei Schilddrüsenunterfunktionen, bei Hashimoto. Wobei, das ist eine Geschichte, da hat man herausgefunden, dass das oft eher, wenn dann nur der Fall ist, wenn hier ein massiver Jodmangel vorliegt. Und da ist eher der Jodmangel das Problem und tatsächlich nicht diese Isoflavone. So, jetzt kommen wir aber zum Knackpunkt der Isoflavone und der Bioverfügbarkeit. So, also in der Theorie sind ja viele Isoflavone letzten Endes enthalten im Soja. So, jetzt müssen die aber überhaupt erst mal durch Hydrolyse, durch Fermentationsbakterien in eine aktive Form umgewandelt werden. Das weiß jetzt auch fast keiner. Also dieses Deizin zum Beispiel, das ist so nicht nutzbar. Da muss erst mal so ein Schwarm Bakterien nachhelfen und das in Äquol umwandeln. So, und der ein oder andere, der schon mal so ein Mikrobiombefund in der Hand hatte, wie ich den zum Beispiel mache, der sieht, dass da in der Übersicht auch steht, Äquolbildner. Das heißt, man kann die Bakterienstämme im Darm, die überhaupt die Isoflavone überhaupt bioverfügbar machen, die kann man messen. So, und im asiatischen Raum kann wirklich jeder zweite gut dieses Äquol bilden. Dieses Potenzial wird natürlich auch gefördert durch vermehrten Sojakonsum, aber natürlich hochwertigen Sojakonsum. Und bei den Kaukasien hier bei uns, da ist es faktisch so, dass nur, man sagt, jeder vierte überhaupt Deizin in Äquol umwandeln kann und das auch nur so seine Wirkung entfalten kann. Und wenn ich jetzt mal so gedanklich meine Mikrobiombefunde durchgehe, die ich so angeguckt habe, Äquolbildner, also das ist gar nicht mal jeder vierte, bei dem die wirklich, ich sage, in einer Menge vorhanden sind, dass das Potenzial hat. Also von daher würde ich auch sagen, das Ganze ist auch ein großes Geschäft, das ist billig und ich würde sagen, der gesundheitliche Nutzen steht auch aus diesen Gründen wirklich ganz weit hinten. Es sei denn, ihr verwendet wirklich hochwertiges, traditionell hergestelltes, asiatisches, fermentiertes Soja. Natto zum Beispiel, auch wegen eures K2s oder Tempeh. Das kann man schon mal machen, nie so passte. Ja, aber das ist eigentlich nicht das, was hier bei uns unter Sojaprodukten verstanden wird, weil das sind einfach mal die Drinks, die Shakes und das Pulver und das hat bei mir jetzt gar keinen Stellenwert. Also gibt es bei uns eigentlich nicht, es sei denn mal aus Versehen. Und ich würde auch bei pflanzlichen Aminosäurepulvern, wenn da nur am Rande auf Soja zurückgreifen, wie gesagt, ihr wisst nie, wo das her ist. Also da lieber Lupine, Reis, Hanf in die Richtung einfach gute ausgewogene Mischung. Das soll man ja sowieso nie auf ein Isolat setzen, wegen der biologischen Wertigkeit. So, ich denke, man muss mal einen Spickzettel gucken, ob ich hier tatsächlich alles angesprochen habe. Ich denke, ja. Also, in diesem Sinne, überlegt euch einfach gut, was ihr einkauft.